Hey Leute, heute gibt es French Wrecks und ich zeige euch direkt, wie ich es gemacht habe. Als allererstes habe ich die Oberseite der French Wrecks rautenförmig eingeritzt. Das hat den einfachen Hintergrund, dass dadurch die Oberfläche vergrößert wird. Soweit, so gut. Wenn wir damit durch sind, würde ich sagen, drehe ich das Stück mal um. Wir schauen uns die Marmorierung mal an. Also ich finde, die sieht sehr, sehr fett aus. Da könnt ihr es sehen. Also sehr, sehr geil in meinen Augen. Als nächstes ritze ich hier unten die Haut auch noch ein ganz klein bisschen ein, dass die Gewürze da ein bisschen besser einziehen. Als nächstes legen wir die Knochen ganz kurz ein bisschen frei. Da haben wir noch ein bisschen Fett und Fleisch dran. Aber die sollen in meinen Augen sauber sein. Deswegen lege ich die da ein ganz klein bisschen frei. So sieht also unsere fertige French Wreck aus. Jetzt kümmern wir uns um die Marinade. Hier habe ich also ein bisschen frischen Knoblauch, ein bisschen frische, glatte Petersilie. Da drauf kommt ein bisschen Magic Dead, grobes Meersalz, die Salty Garlic Sprinkles und anschließend ein bisschen gutes Olivenöl. Das Ganze wird jetzt kurz gemörsert. Ich habe allerdings mein Paprikapulver vergessen. Also ballere ich das jetzt noch ganz kurz dazu. Also nochmal kurz mörsern, bis das Ganze so eine Konsistenz hat. Und dann können wir das in unser Fleisch einmassieren. Das nehme ich mir jetzt direkt wieder zur Hand, wie ihr hier seht. Erstmal die Reste von dem Mörser abschmieren. Den Rest machen wir jetzt mit einem Löffel. Und dann wird das schön in das Fleisch einmassiert, dass tatsächlich überall was drankommt. Das ist auch ein relativ großes Stück Fleisch. Wir haben also 1,8 Kilo Durok. Also ein Kräuterschwein quasi sozusagen, wie ihr hier seht. Wie ich gerade schon sagte, überall gut einreiben, dass wir also überall was von der Marinade haben. So sieht das Ding also aus. Dann können wir auch schon fast zum Grill gehen, würde ich sagen. Hier haben wir doch nichts. So, jetzt bin ich aber tatsächlich durch, Freunde, und ab zum Grill. So sieht das gute Stück Fleisch also bei Tageslicht aus. Jetzt schmeißen wir das auf meinen Pit Boss Ultimate. Bei indirekter Hitze maximal 150 Grad. Roundabout zwei Stunden. Aber als allererstes packe ich noch einen Meter da rein. Das sind ja, wie ich eben schon mal sagte, 1,8 Kilo. Da muss man schauen, boah, guckt euch an, wie nach anderthalb Stunden die Kruste aussieht. Megageil, da waren wir bei 50 Grad Kerntemperatur. Jetzt ist unser French Rake also fertig. Die Farbe von außen gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt schneiden wir das Ding mal auf, würde ich vorschlagen. Lässt sich auf jeden Fall super gut schneiden. Schneidet sich so, als wäre es schön weich. Aber das werden wir gleich sehen. Ich kann schon erahnen, wie saftig es ist, aber ich schneide erstmal noch ein paar Dinger runter. Und dann gucken wir uns das zusammen mal in aller Ruhe an, würde ich sagen. Einen noch und dann gucken wir auf, Freunde. Hier haben wir mein Endergebnis. Kann man sehen, wie saftig das Ding ist. Es läuft hier also wirklich an allen Seiten runter. Boah, mega. Wirklich mega erwartet. Ich nehme mir noch ein zweites Stück, dass ihr euch das da auch nochmal kurz angucken könnt. Hier ist also tatsächlich volles Rohr am Tropfen. Selten ein Stück Fleisch gesehen. Was saftiger ist, als hier meine French Racks. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Macht's gerne mal nach. Ich würde mich über einen Kommentar freuen. Über ein Like sowieso. Ein Abo freilich auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt haut rein. Bis dann.